Da schmerzt, ey. Scheiße, Mann. Nee, Mann, ich hab so ein schlechtes Gewissen. Ich hab meinen verdammten Job gekündigt. Und das Erste, was passiert, ist, dass ich einen scheiß M2 anfah. Meiner Lieben! Meiner Lieben, schön, dass ihr am Start seid. Seit 85. war das Intro, weil ich zu dumm bin. Und zum Beispiel die Mari die ganze Zeit Mavi nannte. Weil das in der Lage gleich Mavi heißt. Mavi, äh, Mari. Und Chanson, ich bin so dumm, ey. Wir machen's beim nächsten Mal. Egal. Ihr habt's im Titel gelesen. 1000 Euro Trinkgeld für den besten Döner. Ich denke, das erklärt sich alles. Und der Rest erklärt sich im Video. Wir wollen nicht lange labern. Ja, ab ins Mavi. Ab ins Mavi. Also, wir sind hier beim guten Mavi. Beim guten Mavi. Ihr seid der einzige Döner in der Harvest City, ne? Der einzige Dönerladen. Eher gesagt, Döner-Restaurant. Special auch. Zweiter Laden, den ich in meinem Leben hatte, wo der Dönerschwieß nicht im Laden zu sehen ist. Ihr habt den nur hinten noch. Wir haben den nur hinten in der Küche. Ist aber ein Japprak-Schwieß. Auch dünn geschnitten. Jungbulle. Was denkt ihr Jungs, wenn ihr Japprak-Spieß hört? Keine Ahnung. Ich denke, als allererstes denke ich an Jarak. Ist aber was anderes. Aber ich denke bei Japprak-Spieß an was Geiles. Ja, was Saftiges. Das ist was Gutes, ne? Ich denke schon. Das ist was Feines. Also, für uns nochmal Lage besprechen, Jungs. Wir werden das so machen. Die Zuschauer wissen das ja auch noch gar nicht. Wir wissen jetzt noch nicht, welcher der Beste sein wird. Logischerweise. Wenn jetzt der hier der Beste ist von allen dreien. Wir gehen zu drei Dönerläden heute. Denn wenn wir später nochmal wiederkommen, entweder eine Cola bestellen, irgendwas Kleines entspanntes und werden dann das Trinkgeld rausrücken. So werden wir es machen. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Dass er verdammt gut ausschaut. Ja. Und ihr Erste. Danke, Mann. Lüge. 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 Der Kanal von euch. Mari und Chanson. Ich sage eben zu Chanson, wer soll das Mikro nehmen? Er sagt auf jeden Fall Mari. Weil ich lache eh immer nur Dom in die Kamera. Schön gesagt. Wollen wir so dämlich zu dritt genau nebeneinander sitzen? Wir gehen so auf ganz hessig. Wie die Idioten sitzen. Alle hier nebeneinander. Ja, ja. Geil. Das passt. Eng ist gut. Hast du gelickt gerade? Die Kamera hat gelickt. Die Kamera hat gelickt. Boah. Guck mal. Stativ. Stativ. Boah. Geht der? Aber hallo ey. Aber hallo. Ohne Witz. 400.000 Abonnenten nicht umsonst. Nicht umsonst. Und wer noch kein Abonnent ist. Bitte. Jetzt abonnieren. Jetzt drücken einfach. Kommentiert noch für Algo. Push tolle, Alter. Korrekter Typ. Der sieht gut aus, Jungs. Der sieht mega geil aus. Und duftet. Boah. Komm ihr mal ein Happenfleisch hier, Mari. Es ist eine sehr spezielle Würze drin. Leichte Schärfe. Leichte Schärfe. Und es ist Jungbulle. Das hat er vorher auch gesagt. Noch ist Jungbulle sehr wenig verbreitet auf dem Markt. Die meisten sind ja Kalbstöner. Jungbulle nehmen eigentlich die wenigsten. Ist auch schwerer im Handling, weil das Tier schon älter ist. Dann hast du leichter Sehnen drin. Er erfordert viel mehr Feingefühl als jetzt ein Kalbstück. Na klar, ist aber heute auch ein Polizist in der Ausbildung. Jungbulle. Ja, 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 ja. Also ich habe selten gehabt bei so einem Döner, von der Beschaffenheit auch wie das Brot hier, so dieses Feeling, wie der Fett ins Brot reingeht. Und so ein bisschen, ich sag mal, diese Würzung fühlt sich so ein bisschen rustikal an. So wie eine Trockenwürzung. Es schmeckt sich ein bisschen beinahe wie so eine Trockenwürzung an. Weißt du, wie das schmeckt so ein bisschen so Bratwurst-mäßig so. Findest du, ja? Ja. Also auf jeden Fall sehr special. Da sind wir uns alle einig, ne? Also es ist ein sehr specialiger Geschmack. Also auf jeden Fall besonders. So kann man mal, muss man mal abchecken. Muss man abchecken. Ja, wie so eine Trockenwürzung. Was für ein Steak. So schmeckt das ein bisschen. Genau. Keine Bratwürste, sondern so ein Steak. Trocken einfach. Genau. Soße fehlt auch gar nicht. Ich bin eigentlich ein Soße-Fan, aber fehlt nicht. Das geht durch. Mir ist nicht aufgefallen, dass es keine Soße braucht. Du hast einfach gegessen, es hat geschmeckt, aber es hat dir nicht gefehlt. Genau. Und das ist schon bemerkenswert. Jetzt brauche ich einen Vergleich. Zum Glück haben wir noch zwei. Wir haben noch zwei. Aber ich sag mal, das ist schon eine Ansage. High-Level. Ohne Witz, Mann. Einen Kritikpunkt hätte ich im Biss vom Fleisch. Das ist teilweise so ein bisschen... Ich habe jetzt nicht wirklich eine Sehne gehabt, weil es war schwer zu kauen. Das ist ein oder andere Stück. Aber ich gehe so weit. Ich sage immer, bei meinen Videos, wir bewegen uns in einem Standard-Ranking. Das heißt, Spieß geliefert von der Industrie. In dem Bereich ist das schon eine gute Nummer. Also sowas kriegst du selten. Das kommt jetzt aus so einem Betrieb, der mehrere Spieße ist ein Großbetrieb. Da ist das dann selbst nicht mal Gewürz? Nee. Meist ist es so, die liefert eins der Muster. Du sagst, was für Gewürze du haben willst. Du sagst, soll es kalt sein, soll es vielleicht Jungbulle sein. Und geben Vorgaben. Aber im Großen und Ganzen sind es halt Produkte, die viele Leute beziehen. Also ich muss sagen, mir taucht die Schärfe übelst. Also mir taucht das auch. Mir taucht das auch richtig krank. Also ich bin gespannt, ey. Wir machen gleich draußen die Bewertung und dann geht es zum nächsten Spot. Also wir wollten dir nur einmal Feedback geben, mein Lieber. Wir waren happy. Also war wirklich gut. Wir waren begeistert. Wir haben gesagt, der einzige Kritikpunkt war, dass Fleisch manchmal so ein klein bisschen zu zäh war. Aber im Gesamtvergleich mit anderen Dönern war das schon eine Ansage. Geil. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Tschüss. Jedes Karbönchen ein Tönchen. Karbönchen. Karbön, ey. Die haben hier ein schönes Auto. Also wir fahren jetzt zum Laden Nummer zwei. Jetzt geht es zum Kepap Bay geht das jetzt. Auch eine neue Öffnung. Und Jungs, ich sage euch wirklich eine Ansage. Viele Leute sind sehr, sehr begeistert von dem Laden. Und das soll wirklich ein sinnvolles, neues Ding sein. Mehrwert für Hamburg. Ja, auch mit einem Japrax-Spieß. Auch wieder? Ja, ja. Wieder mit einem Japrax-Spieß. Jungbulle? Ne, heute nicht. Jetzt werden wir mal aus dem Auto raus eben die Bewertung fetzen. Mavi mit dich. Mari. Ah, ich habe schon wieder Mavi gesagt. Scheiße, ey. Mann, wegen diesem Scheißladen, ey. Was ist da los, ey? Mari. Kannst du uns das Mavi bitte einmal bewerten? Ich sage ganz ehrlich, für mich außergewöhnlicher Döner. So noch nie gegessen. So ohne Soße, mit dem Fleisch, mit so viel Gewürz, mit den Kirschtomaten und so. Ich muss aber, weil ich deine Skala ein bisschen fühle, glaube ich, eine 7,6 geben. 7,6 gibst du? Okay, ja. Ich habe eine 7,5. 7,5. Ich habe eine 7,8 gewählt. Bei mir gab es leicht Abzug noch wegen dem Königsbistag. Wir hätten ein bisschen saftiger sein können. Es ist ein guter Döner. 100%. Empfehlenswert, um das mal abzuchecken vom Geschmack. Weil es kann auch sein, dass es übelst dein Döner ist. 100%ig. Ganz genau. Das kann unter Umständen genau deins sein oder auch natürlich genau nicht deins. Das kann man auch haben. Aber ja. Nehmen wir so mit und dann gehen wir weiter zum nächsten Spot, gell? Schon wo? So, wir sind am Start in Hamburg bei Kepa Bay. Und der ist auch ganz neu. Und die haben auch jetzt neu einen Japprak-Spieß, wie gesagt. Haben die auch. Und ja, die hatten vorhin einen normalen Spieß. Jetzt haben die einen Japprak-Spieß. Direkt am Start sind wir hier. Wir haben es schon wieder lange gebaut. Kepa Bay. Komm, wir gehen direkt rein hier. Hallo. Assalamualaikum. Hallo. Oh, ich habe da geredet sogar. Habt ihr ja gar nicht Japprak-Spieß? Japprak? Einen Japprak-Spieß? Einen Japprak-Spieß? Einen Japprak-Spieß? Ne, ne. Ach so. Ach, habt ihr nicht mehr. Dann essen wir Hähnchen, würde ich sagen. Also mit Hähnchen hat er eine Chance, gegen den anderen kackt links zu uns ab. Da ist Gemüse drin im Döner sogar, ne? Ja. Ah. Ich muss sagen, ich habe schon ein Stück Fleisch erwischt. Und? Und ein Stück Fleisch ist schon auch schön würzig. Hat Power, ja? Muss ich ehrlich sagen. Also ich finde auch, das sieht sehr gut aus. Direkt den Chili-Majo. Aber geil. Geil? Ja, geil. Nur beim Ansetzen, so wisst ihr. Ganz andere Döner. Komplett. Komplett. Und es ist wirklich Mayo, Mayo, wie ihr gesagt habt. Bei manchen Mayo merkst du es gar nicht. Du hast einfach so den Geschmackskick, aber du schmeckst Mayo wirklich raus. Hähnchen ist geil. Was wie ich finde, direkt erstmal mit dem Fokus gerät, was auch. Unterschied ist zu aller Döner ist das Brot. Mhm. Beim Brot bin ich aber, sag ich mal, zwiegespannt. Ich finde einerseits den Brotgeschmack geil. Gerade die Körner außen und so. Das verhärtet sich so ein bisschen. Das so gerade vom Mundgefühl irgendwie echt ein Special-Gefühl. Und vom Geschmack, ich finde es auch geil, so eine leichte Süße wegen Brioche. Aber ich finde es ein bisschen zu traurig, muss ich jetzt so sagen. Was sagt ihr? Ich weiß, was du meinst. Ich muss sagen, beim Döner vorher, der war ehrlicher. Da war nicht so viel hin und her. Da war weniger drauf. Da war hier Zwiebeln, Tomate, Fleisch. Du wirst im Laufe des Döners ja zeigen, ob er dem Rest die schon laut wird. Ja, genau. Das Fleisch ist auch geil gewürzen. Das ist Kategorie Döner. Die wird zum Schluss deutlich besser. Der Königsbiss ist hier Welt. Viel besser als eben der Laden. Und du hast so die perfekte Kombi von dem Brot Cross, was eigentlich vielleicht ein bisschen zu trocken ist. Mit den Soßen hier jetzt wunderbar. Da unten, man. Der wird ja anders. Ganz anders, ja. Mit der Mayonnaise. Ich hab grad schon fast unten. Boah. Also unten wird er gut. Jetzt unten ist er richtig gut. Na, diesmal gleich Bewertung raushauen. Das können wir mal. Das können wir mal. Warte, ich geh noch ein Biss hier. Dann bewerten wir. Nochmal hier mit Tomate und so. Es ist mein Döner. Hähnchen. Geile Soße. Und Sinan, mies sympathisch. Ach. Uiuiuiui. Stark, stark. Geil. Wir müssen den vorherigen gleich mit reinnehmen, finde ich. Weil wir vergleichen ja auch. Du musst es an dem ausrichten gerade. Du musst es an dem ausrichten. Und ich muss sagen, der erste Döner war besonderer. Aber es ist, das hier ist mehr so das, was ich essen will. Und deswegen geb ich eine 7,7. Okay. 0,1 besser. Okay. Geil. Geil. Ich finde es eine sehr realistische und gute Bewertung von euch. Ich muss es nicht an der Stelle sagen. Wirklich. Erde. Ja, sage ich nicht oft. Ich sage auch oft, ich denke mir, was arbeite ich für Scheiße. Aber am Ende des Tages lässt sich über Geschmack nicht streiten. Für mich ein Döner. In den musst du reinkommen. Sowohl die Anfangsbeschaffenheit, weil es einfach zu trocken war. Als auch der Mayo-Touch hat mir am Anfang nicht gefallen. Aber dann kommst du rein. Dann kam er richtig gut. Wirklich ausgefallene Soße. Auch ich hatte so eine leichte Lakritzige Note auch zwischendrin. Also wirklich ausgefallenes Ding. Auch zum Schluss, Petersilie kam noch reingeschossen. Ich bin schon am Bewerten gewesen. Auf einmal habe ich Petersilie noch super. Aber ich komme über den ersten Eindruck nicht ganz weg. Und deshalb 7,6 Punkte von mir. Ja, also, puh, das wird ein enges Rennen, ey. Fuck. Und was erwartet uns? Jetzt erwartet uns Hakan Abi. Der hat so eine heftige Promo-Aktion gemacht. Der ist so mit einem Mob durch die Stadt gerannt. So, Hakan Abi, Hakan Abi. Voll viel sind aufmerksam und durchgehen geworden. Jüngster Döner-Gastronom in Hamburg. Und, so wie Grüße geht raus an Abu, der hat da schon ein Video gemacht. Da hat er geschrieben, Titel-Video habe ich noch nicht gesehen. Berlin kann einpacken. Berlin kann einpacken, hat er geschrieben. Ey, solche Ansagen gegen Oggi. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Abu. Da würde ich bei Oggi nochmal überlegen, ob ich das Video aufleisten will. Ich habe noch nie so eine Toilette in so einem Döner. Okay, dann werden wir mal einmal reingucken. Was passiert da? Wir sind schon wieder hier. Wir müssen uns deine Toilette einmal angucken. Er hat noch nie so eine Toilette gesehen, sagt er. Was soll jetzt kommen? Was soll jetzt kommen? Das ist aber echt, ey. Guckt euch mal den Motherf***er an. Guckt ihr das Bild an. Andikata könnt ihr ein Bild von mir da rein retuschieren, wenn ich es hier stillhalte bitte einmal. Guckt euch das Bild mal an. Los zum letzten Spot. Wir sind am Start jetzt hier bei Hakan Abi. Boah, hier ist ordentlich was los, ey. Jungs, sieht das aus? Geil. Ich sag dir ganz anders. Ganz anders. Jetzt hörst du vom Auto gerade. Ja, von meinem Manager. Ja. Scheiße, ey. Ja, weiter geht's. Ja, passiert. An alle Influencer da draußen. Wenn ihr Bock habt mit uns. Den scheiße zahlen. Den scheiße. Wir brauchen die Kohle. Wir brauchen die Videos. Jungs, wir machen Kooperationen. Das kracht. Bitte. Aber zieht euch mal rein. Das sind die Jungs, ne? Die wollten, das muss ich auch mal so sagen, die wollten den Tausender zahlen in dieser Dings. Ich sag, nein, ihr seid ... natürlich nicht. Aber die sind von ausgegangen, dass sie das jetzt zahlen. Ich weiß nicht warum. Ihr seid einfach zu korrekt. Aber voll die heftigen Jungs. Aber nein. Jetzt hab ich den Zaujagel gebraucht. Ja, ja. Plus minus 0 jetzt. Ey, von so einem M2. Ich fahr zwei Zentimeter nach vorne. Der Bursche macht ... Es macht übelstes Geräusch. Ey, jetzt ... Ey, Erik, tut mir leid. Ich liebe dich. Du bist der beste Mannschaft. Scheiße, ey. Hakan Abi. Was geht, ey? Alles gut. Bei dir auch? Dir auch, danke, danke. Wie bekommt der Name Hakan Abi eigentlich? Wieso Abi? Abi heißt großer Bruder. Ja. Und Hakan mein Name. Einfach so, kam so rein, ne? Das war's gut. Das war das Geile. Aber du bist der jüngste Dönergastronom hier in Hamburg, hab ich mal sagen lassen. Ja, Liza. Geil, ey. Geil. Also wir werden den Döner gleich probieren. Ist Hakan Teil mit drin? 70, 30 oder was hast du? Ja, 70, 30. 70, 30. Okay, ey. Oh, ey. Hättest mir auch Scheiße jetzt erzählen können. Ja, ja. Ich würde euch auf jeden Fall die Hakan Abi Spezial so sehen. Hakan Abi Spezial. Die kennt ihn keiner. Parmesan kommt auch. Beides zusammen. Oh. Parmesan und Hakan Abi hört sich sehr gut an. Aber ich würde nicht viel machen, ne? Also streich und bisschen oben drauf. Okay. Geil. Danke, danke, danke. Wir warten hier an der Seite eben. Ein sympathischer Typ. Sympathischer Typ, sympathischer Laden. Also ich meinte das auch nicht scherzhaft. Der hat so eine, sag ich mal... Charismatik. Charismatik. Also er ist so eine, schon eine Persönlichkeit für sich, ne? Der Hakan Abi. Ach, Brot können wir auch noch wählen. Boah. Zwischen drei Brotes. Riosam, Lesam, Vollkorn. Riosam. Riosam, Riosam. Riosam, Riosam. Riosam, Riosam. Riosam, Riosam. Riosam, Riosam. 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 Danke Geist, runter bis 10. Es war kein Kind als die das letzte jetzt gemacht haben. Ja komm, machen wir. Und Brioche? Wir nehmen Deine Parmesan-Soße und Deine Kanabisabsauce. Okay,? Okay, Top, geil. Das war's. Okay, ich hab nicht wundern, ohne Soße oben genommen, weil mir ist zu viel Soße immer zu viel, aber ihr habt jetzt quasi Standard. Ein Brioche ist hier stärker als früher, der erste Eindruck zumindest, der weiß, wie es gleich kommt. Jetzt kommt die Limette richtig gut durch. Das ist eine geile Kombi, mit viel Fleisch oben und dann die Limette. Was sagst du, das ist ein Gemischfleisch? Kann man machen, hat was Eigenes, aber ich kann nicht so sagen, Fleisch ist jetzt gut oder schlecht, es schmeckt einfach gut, aber ich kann das einstellen. Genau, man kann es halt nicht zuordnen. Das war alles schön ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob das Kalb jetzt so eine Note hat oder das Hähnchen. Kannst du wirklich nicht einordnen. Aber der ist brutal, auch die Süße. Der ist brutal. Ich werde mich bedeckt halten, ich will euch nicht zu sehr beeinflussen. Wir sind jetzt ungefähr gleich hier. Jetzt kommt das Stück hier unten. Das ist sehr entscheidend. Das ist eigentlich der entscheidende Biss. Das war eben sehr stark bei dem eben. Schöne Röstung, ich auch. Was sind deine Gesang gerade? Ey, brutal. Bei mir ist es wirklich brutal. Es macht Bock, den Bedürner zu essen. Es bringt wirklich Bock, den Bedürner zu essen. Er ist so vom Gesamtpaket, vom Anfassen und so vom Bockheizgrad, es ist der Beste. Es ist der Beste vom Anfassen. Ich möchte noch nicht auf Geschmack eingehen, weil wie gesagt, wenn ich jetzt zu viel sage, dann lässt es sich auch leicht beeinflussen. Aber so anfassen, bocken, er ist so einfach handlich. Und wirklich die Röster rum, wenn die kommen jetzt auch gerade. Handlich lässt sich gut essen einfach, ne? Für mich ist dieses Einschätzen, dieses Vergleichen von vorher so richtig schwer. Wie waren die Geschmäcker, wie war das Gefühl beim Essen? Wenn man das oft macht, ist das anders. Aber wenn man das nur einmal macht. Das ist wie BMW einmal fahren. Dann sehen wir uns gleich an, was da passiert dann. Schwer. Wir essen eben zu Ende. Dann Finale wurde auch von mir noch. Ein Scherrote mehr. Oh Leute, da schmerzt der hier. Scheiße, Mann. Scheiße. Nee, Mann, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Das hat sich angerührt. Wie kostet das sowas? Jetzt mal ernsthaft. Ich bin ein armer YouTuber. Guck dir das drauf. Ich habe meinen verdammten Job gekündigt. Und das Erste, was passiert, ist, dass ich einen scheiß M2 anfahre. Heute war das so eine Millimeterentscheidung. Also dieser Test hätte jeden Tag anders ausfallen können. Der eine hat sein Brot dann zu lang, der andere zu kurz. Der eine hat hier einen Fehler gemacht. Das waren vom Ding her alles heute ähnlich starke Döner, die aber durch punktuelle Fehler oder eben nicht Fehler besser abgeschnitten haben. Aber es waren ähnlich starke Döner heute alles. Soll ich anfangen? Hau rein, hau rein. Erste Benutung. Hakan Abi, für mich der stärkste Döner heute. Es ist für mich ein richtig geiler Döner. Ich gebe sogar eine 8,8. 8,8? Ich finde es total. Er will doch nicht mehr zu anderen Dönerläden fahren. Er will einfach St. Pauli-Credit. Stark, ey, geil. Freut mich. Ich muss sagen, geiler Döner, ja. Die Fleischthematik triggert mich so dermaßen, dass ich sagen muss, genauso wie vorher 7,7. Ich fand den geschmacklich vorher mehr mein Döner. Der war so ein bisschen herber, finde ich, vom Fleisch. Ich weiß nicht, ob es das Mix war. Also ich muss einfach sagen, Hakan Abi ist ein Döner mit Sau-Potenzial. Aber er hat einen essentiellen Fehler gemacht. Jetzt Hähnchen, Kalt, beides gemischt, bei jedem anders. Uns hat er es jetzt nicht ganz so getaugt. Ich fand es aber trotzdem nice, was bei ihm einfach, wie ich finde, anders gemacht werden muss. Unten im Döner war zu wenig Fleisch. Das, was da oben drauf gemacht hat, hätte unten hingemusst. Das hatte ich im gesamten unteren Döner-Teil, hatte ich einfach so dieses zu viel Salat-Feeling. So dieses, hat einfach Fleisch gefehlt. Und das oben stackt man weg, dann ist es halt nicht mehr da, wenn man es weggesnackt hat. Und das einfach unten rein noch, statt oben. Denn saustabiler Döner. Aber so konnte ich nur 7,5 in Anführungsstrichen geben. Deshalb heute bei mir nur Platz 3, weil einfach da eine Sache ausbesserungswürdig ist. Aber so ist alles top. Dieses mit der Limette. Also wirklich saustarker Döner an und für dich mit viel Potenzial. Ich fühl's komplett. Aber was jetzt natürlich heftig ist, ist die Punktzahl insgesamt. Die Punktzahl ist am höchsten. Du hast alleine schon alles bei deinen 8,8, alles. Weil der geil ist. Ist richtig. Komplett so ist das Format. Du hättest auch 9,9 geben können. So ist das Format. Wir entscheiden alle. Das heißt, hier gibt's jetzt 1.000 Euro auf unseren Nacken. Und wir gehen da jetzt direkt hin, Mann. Die, erstmal für dich heute. Wir haben drei Läden getestet. Du bist der Gewinner heute. Und wir würden jetzt einfach nur noch sagen und uns dann verpissen. Aber für dich ein stabiler Döner. Sau viel Potenzial. Ich hätte mir nur das Fleisch oben drauf, unten drin gewünscht. Das heißt, du von mir ein bisschen Punktabzug bekommen, weil ich oben alles perfekt sozusagen und unten war das Fleisch schon weg. Dann hatte ich zu viel Salat. Aber im Gesamtpunktzahl bist du deutlich der Gewinner heute. Und du hast gute Props gekriegt. Auch mit der Limette oben drauf. Sehr, sehr geil. Was ich da gleich dazu sagen will. Cooler Typ, charismatischer Typ. Geiler Laden, fettes Ambiente. Ich feier's übelst. Bist ein cooler Typ. Geht da hin, Leute, checkt's aus. Auf jeden, ey. Also ganz viel Potenzial, die. Danke, Jupps. Und jetzt, wie gesagt, wir wollen da eben bezahlen. Einmal die Dings. Kann uns der von vorn abkassieren, ne? Der Typ? Korrekt. Hast du was zu tun dazu? Ne, wer hat nichts zu trinken. Wie viel? Eins, zwei, drei, sechs, acht. Hier, mein Lieber. Alles klar, mein Lieber. Das sind 1.000 Euro für dich. Perfekt, danke schön. Geil, geil. Ihr küsst dein Herz, die. Ich hab mit allem gerettet, aber nicht damit, Jungs. Nein, nein, das ist für dich. Geil. 1.000. Das ist 1.000 für dich. Sehr gerne, nicht dafür. Schönen Tag, mein Lieber. Geil, ey. Was machst du mit dem Geld, Bro? Ich weiß selber noch nicht. Ich hab sogar keine Pläne dafür. Geil, aber freust du dich ein bisschen, ja? Ja, natürlich. Er nimmt technisch in die Kasse. Ciao, mein Lieber. Geil, also in dem Sinne, Leute, wir können dieses Format mit sämtlichen Sachen machen, ob es jetzt Burger ist, ob es mal ganz andere Sachen sind. Wir haben jetzt Giros-Format angefangen, und, und, und. Alles, was ihr wollt, schreibt's rein, wenn's euch gefällt. Lasst einen Daumen oben scheppern. Ja, und dann sag ich auch noch mal Danke an die Jungs. Checkt das ab, nochmal den Kanal von den Jungs. Lasst ein Like für ihn da. Like, Kommentar. Was kostet's dich? Zero. Wie viel bedeutet's dir? Davon lebe ich. Das ist alles für mich, ne? Muss man sagen. Kuss, Jungs. Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.